Heute brodelt's im Dschungel, denn es gibt Zoff um Sveni! Ihr versteht das nicht? Ich dreh durch! Alle drehen durch! Jetzt fallen die Massen! Ich komm mir vor wie in den Psycho-Camp. Also ich bin gut drauf. Ich habe zu Eltern doch lediglich gesagt, mach mal Piano! Piano? Das ist Englisch und heißt nicht ganz so laut. Er hat von mir verlangt, dass ich Klavier spiele. Was ist das für ein Mensch? Ich kann kein Klavier spielen! Raul kann Klavier spielen und das schon sehr lange. Aber ich kann kein Klavier. Ich versteh die nicht. Die soll sich mal vom Acker machen. Ich kacke auf seinen Acker. Er ist so anstandslos. Er lästert hinter meinen Rücken. Lästert er. Das ist so ekelhaft. Warum sagt er das nicht direkt in mein Gesicht? Hab ich doch! Erst der Concealer, dann die Flasche. Die Grundnahrungsmittel wird für ein Mensch geraubt. Wie kann man nur die Flasche von einem Menschen nehmen? Jetzt sind die Masken gefallen. Was denn für Masken? Wer tut sowas? Ich versteh das nicht. Die kann doch einfach eine Tasse nehmen. Eine Tasse? Wie ein Tier? Oh mein Gott! Nein! Eine Flasche ist ein Grundgesetz! Ich werde verdursten! Ich schwöre! Jetzt extra! Ich will meine Flasche! Ja, da hört mein Spaß auf! Wer die Flasche von einem Menschen nimmt, der schubst auch Koala-Babys! Was glaubt die, wer sie ist? Prinz Charles? Also ich finde, ich mache meine Sache hier drin sehr gut. Hm? Hat man gesehen, wie ich Elena getröstet habe? War das gut im Bild? Ich kack auf alle! Machst du dann aber noch einen Filter drauf, ne? Damit ich so richtig schön mitgenommen und fertig aussehe. Weil ich bin ja hier die Einzige, die jeden Tag kämpft und sich ihren Ängsten stellt. Hm? Sie spielen ja ein falsches Spiel! Wir haben lediglich am Lagerfeuer eine Runde Mensch Ärger dich nicht gespielt. Und Madame hat das Spiel nicht kapiert. Und wer hat gewonnen? Ich! Hm? Läuft bei mir! Katsching! Scheiß egal! Ey, die hing voll steil! Ist mir egal! Wir wollten danach eigentlich noch eine Runde Monopoly spielen, aber das hat er sich denn erledigt. Ich kack auf Monopoly! Geh damit über los und dann kack ich nochmal drauf! Also ich hätte gerne noch eine Runde gespielt! Aber natürlich nur fürs Team! Für mein Team tue ich alles! Alles! Ey, ist mir egal! Wird Elena ihre Flasche wiederbekommen und wer? Wird Königin oder König des Dschungels?